Haa, guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Es ist die Gerste. Was können wir nochmal mit Gerste machen? Ich hab's vergessen. Was war nochmal mit Gerste? Konnten wir Gerste auch hier in... Nein. Da konnten wir keine... Was konnten wir denn jetzt mit Gerste machen? Eine Art von... Was? Eine Art von Geteile dazu? Okay, da auch nicht. Wir tun Gerste erstmal hier mit rein. Wir tun die Gerste erstmal hier mit rein. Geht auch. Eigentlich bräuchten wir... Das ist ja auch alles fertig. Basilikum! Eigentlich bräuchten wir ja... Das ist noch nicht fertig, ne? Ähm... Ich hab vergessen, was ich wollte. Sowas aber auch. Sowas aber auch. Jetzt hab ich vergessen, was ich wollte. Das ist, äh... Nicht so gut. Ich werde älter. Man merkt's. Ich merke's ständig. Rezepte oder irgendwie sowas. Bestimmt sowas wollte ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Basilikum. Ich weiß nicht, was ich mit Basilikum machen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht mehr. aus dir ja warum krieg ich den Penario, wenn ich zock? das muss ich nochmal echt dringend abschalten damit muss ich mich nochmal beschäftigen das kann ja nicht angehen das kann doch nicht angehen alter ihr Kühe seid verfressen anders kann ich es gar nicht sagen so her die Milch da wird nicht diskutiert ihr seid gut drauf gebt her die Milch ja ich weiß gar nicht was Wachtelei das müssen wir mal ausprobieren was Wachtelei eigentlich bringen ne halt die Klappe hier wird nicht gemut haustier 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 Mist ich hab gleich hier gleiche Huhn nochmal gestreichelt das ist irgendein Huhn irgendein Huhn gibt keine Eier mehr glaub ich Ah, ja, die sind im Upgrade. Schafe im Upgrade. Upgrade Mode Schafe. Upgrade Mode Schafe. Ja, unsere Spitzhacke kriegen wir eh noch nie wieder. Das dauert noch ein bisschen. Upgrade Mode Schafe. Ey, zwölf Uhr. Und ich hab gerade erstmal die Tiere fertig. Also das müssen wir... Irgendwas müssen wir da dran ändern. Das geht so nicht weiter. Ähm, so, so, so. So, und dann würde ich jetzt gerne mal so ein Wachtelei fertig machen. Warum hab ich nur zwei Wachteleier? Ja, mit Mayonnaise rausgemacht. Das ist wohl wahr. Uh. Mayo, Mayo. Ach so. Ups. Ups. Ups Salat. Es ist das Basilikum. Es geht rumrum. Ums Basilikum. Uh, ich hink fest. Sowas aber auch. Verkaufen, 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 verkaufen. So, der Schrott, der kommt hier hin, das kommt da hin, das kommt auch da hin. Was soll ich denn mit einer Orchidee, ey? Ich habe keine Idee, ich brauche eine Orchidee, ha, 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 ha. Ähm, ja. Achso, warte mal. Ih, können. Ich habe kein können. Verringen die Aufmerksamkeit von Insekten, hm? Ich bin leichtfüßig. Ich möchte leicht, äh, leichtfüßig sein. So, wo haben wir denn die... Yuki, die kriegt noch ein Geschenk von uns. Da können wir noch ein Geschenk geben. Haben wir nichts Grünes mehr? Ja, kann nicht sein. Was Grünes werden wir wohl haben hier. Da siehst du nochmal. Sellerie, Kohlsprosse. Da gehen wir jetzt in eine leckere Kohlsprosse, dann ist die auch glücklich. Glücklich ist man mit einer Kohlsprosse. Uh. So eine Kohlsprosse, da ist man einfach glücklich. Glücklich. So, wo ist die denn? Achso, die ist, äh, in der Klinik. Alleine. Alleine ist die in der Klinik. Aha, alleine. Allein, allein. Ich bin unauffällig. Habe ich mir sagen lassen. Ups. Dam, dam, ta, dam. Dam, dam, ta. Ram, ta, ta. Oh, da. Hä? Wo ist die hin? Die kann doch nicht weg sein. Da rennt die weg. Yuki. Ey, Yuri. Nicht Yuki. Wo rennt die denn hin? Warte mal. Wo geht die denn hin? Achso, da zum... Zum Wata. Ich bin der Fliegen-Expert. So langsam. Na. Sehr gut. Haben wir noch nicht gehabt jetzt? Okay. Haben wir noch nicht gehabt. Oder ist... Da ist was. Yuki. Äh, Yuri. Ich hab ein Geschenk. Du bist so nett. Danke dir. Manchmal brauchen wir einfach nur Ruhe. Nicht wahr? Soll das eine Anspielung sein, oder was? Ich komme nach der Arbeit wahnsinnig gerne hierher und lese medizinische Fachzeitschriften, bis die Sonne untergeht. Küss mich. Ich habe vier Fachzeitschriften abonniert und eine Handvoll Artikel publiziert. Die meisten handeln von Interessen... äh, interessanten Fällen, auf die ich im Ausland gestoßen bin. Okay. Okay. Ja. Ne? Kann man ja so sagen. Okay. Der Soldatenkäfer. Warte mal. Das ist noch so eine... Kastanie. Es ist die Kastanie. Ohne Garanie. Möchte ich sein. Da, 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 da... Ups! Ups, Salat! Doch, ich kann was reintun Eine Libelle Tschüss Libelle Müssen wir mal ein bisschen jetzt Hab ich's? Ach, ich hab mein Handy gar nicht hier Verdammt Ich würde sagen, ich guck mal auf dem Handy Und dann gucken wir mal, was wir alles Am Göttertunnel abgeben müssen Da hab ich jetzt leider mein Handy vergessen Das ist also oben liegen lassen Wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Sachen mit Das möchte ich ungerne abgeben Ähm Pastanien haben wir auch So Sattelrücker So Ich weiß echt nicht, was wir abgeben müssen Und was nicht Und ich hab nämlich mein Handy einfach nicht dabei Das ist ein wenig schlecht Aber das, was wir da haben Inventar ist wohl Ja, das wissen wir selber Seetempel Wir können ja einfach mal gucken, was wir abgeben Äh, dürfen können Machen Tun Da können wir mal was Zwei Sachen abgeben Guck Zack So, da können wir auch wieder was abgeben Zack Achso Zack Zack Da fehlt uns noch Ah, okay Reis Äh Krieg ich ein Reis her Reis Ist das ein Scheiß Da können wir nichts abgeben Da können wir noch was abgeben Ich hab doch schon Ein Spiegeleier haben wir ja auch schon Achso Tomatensuppe müsste man kochen Smoothie Gegrillten Fisch Okay Ah, da können wir noch nicht Das können wir noch nicht verstehen Alles klar Alles klar Ab zum Bauernhaus Dann bräuchte ich jetzt eigentlich Uah Ne Truhe Da haben wir noch Truhen Äh, dann bräuchte ich jetzt eigentlich Ne Truhe Wo wir Sachen rein Eben reinschmeißen Würden Ähm Die wir schon gemacht haben Also schon abgegeben haben So Äh Kürbis hätten wir Reis haben wir jetzt gar nicht, ne Irgendwo Reis Reis Ohne Scheiß Äh Achso Wächst nur im Sommer Äh Also das ist das Wintergewächs hier, ne Äh Herbstgewächs Nicht Winter Äh Äh Doch hier haben wir noch Reis Im Herbst Warum hab ich nicht noch mehr Reis gepflanzt Das weiß ich gerade nicht Die 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 Oh Da sind wir Das doch auch schon mal los Kann man ja mal machen Finde ich Und das jetzt alles mitkriegen wir, ist natürlich echt geil Weil dann hätten wir so eigentlich alles Haben wir auch Ah doch, wir haben noch Reis Geil, 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 geil Ich glaube, das haben wir schon, aber egal Hoppala, Inventar ist voll, ja weiß ich Ich wollte ja auch nichts mitnehmen Ich wollte zum Seetempel und dann da wieder Sachen abgeben Einfach nur, damit wir das auch mal vollkriegen hier Das kann gar keiner behalten alles Ach, ich hätte den besseren Reis mitnehmen müssen Ah, dann wären wir fertig gewesen Oh, ist das ärgerlich Okay, da ist gar nichts Da kann man noch was abgeben Achso, naja, meine Spiegeleier Oh, ist das ärgerlich gerade Na gut, die Dinger haben wir dann Sind wir dann auf jeden Fall los Achso, ne, Moment Den Reis nehmen wir mit Den Ingwer auch wieder Der Raps auch Ja, siehste Nämlich ist Warte mal, Reis Wo war der Reis jetzt? Der Reis? Reis Besserer Reis Mach doch keinen Scheiß Mit meinem Reis Ich weiß nicht, ob wir Gerst oder Sonstiges brauchen Keine Ahnung Keine Ahnung Wir reisen da jetzt nochmal hin Dann haben wir das wenigstens Dann haben wir jetzt nämlich die Da Freigeschaltet Das ist dann frei, ne? Das ist fertig Genau Aha Das ist die Frühlingssaison Achso, dann das andere ist die Wintersaison Sommersaison, okay Oh Was habe ich denn damit jetzt? Belohnung nehmen Jastensamen, okay Süßwasserfische, okay Keukau Fische Insekten Okay, wahrscheinlich alle, die ich weggetan habe Insekten bei Nacht Das ist wahrscheinlich alles, was ich kochen kann Ah, ne, Scheunentiere Ah Milch Okay Hühnerstahl Äh, so, okay Das machen wir aber nachher erst Das, das machen wir Das machen wir später Peter Ich mach mich später, Peter So, warte mal Das ist wieder hier hin Das ist da hin Äh, das auch, das auch Äh, Quatsch Was mach ich denn da Ha, Mist Was Was gibt's Was macht der Mann denn da So, Gerste Ich weiß gar nicht Ich weiß echt nicht, was ich mit Gerste machen soll Äh, ja, jetzt haben wir ja eh alles voll Von daher ist Das ist eigentlich auch egal Aubergine Weil, ich weiß nicht Ich weiß nicht Rübe Süßkartoffel So Das bringen wir jetzt einfach hier rüber Ach so, die Gerste muss ich noch einpflanzen, ne Ähm Erste Reis Ach, komm Das ist so So, not real Ach so, ein Ingmar Wir können ja mal gucken, was wir aus Kürbis machen können Oh Ich weiß es nämlich nicht Ehrlich gesagt Ich weiß es wirklich nicht Feldfrüchte, okay Ach so, warte mal Äh, Feld Was sind das Ach, Kürbis-Saft kann man machen Siehst du mal Äh, äh Äh Preiselbeeren kann man auch, äh, zu Saft machen Wäre jetzt meine, äh, Idee dazu Dass man vielleicht aus Preiselbeeren Saft macht So Weißte Weißt du Bescheid Aus Gerste habe ich einfach echt keine Ahnung Ich weiß echt nicht, was wir aus Gerste machen Hä? So Da Wie wir Tomatensaft machen sollen, das weiß ich auch noch nicht So Hä? Käserad Äh? Warum wird mir Meni angezeigt? Warum wird das Warum wird der Käserad Meni Äh? Neu Grafik Grafik nicht geladen oder was? Hä? Ne, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich gehe schlafen Das, das machen wir nicht mit Ne, sowas machen wir hier nicht mit Das, ähm, überfordert mich Geh schlafen Hey Tierzucht Sehr gut